So, heute möchte ich mal meinen Rohkacko vorstellen, wie immer aus simpelsten Materialien, in dem Fall aus gehobeltem Bambus, ja ihr habt richtig gehört, der Bambus ist gehobelt, ein wenig Mülltüte, bisschen Bindfaden, aus dem ich sowohl die Spannschnüre für die Querstreben gemacht habe, als auch die Waageleinen, wie das Ganze dann in Action aussieht, kann man sich hier anschauen. Dienstag, 29. März. Heute ist ein optimaler Wind zum Rohkackofliegen. So einen besseren Wind als heute kann es fast nicht geben. Und wir sind hier an der Düsseldorf auch ein Wies. Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf.